Chinas Präsident Xi Jinping hat erstmals seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine vor 14 Monaten mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky telefoniert. China werde sich für Friedensgespräche und eine möglichst baldige Waffenruhe einsetzen, sagte Xi am Mittwoch laut chinesischen Staatsmedien zu Zelensky. Die Volksrepublik werde einen Sondergesandten in die Ukraine entsenden, der mit allen am Frieden interessierten Parteien Gespräche führen solle. Xi, der den russischen Einmarsch in der Ukraine bisher nicht kritisiert hat, war vergangenen Monat bei einem Staatsbesuch in Russland mit Präsident Wladimir Putin zusammengetroffen. Zelensky hatte Xi wiederholt zu einem Gespräch gedrängt. Nach dem Telefonat sagte er, dass China eine Gelegenheit biete, die Regeln, auf denen der Frieden aufgebaut werden sollte, zu stärken. Russland reagierte unterkühlt auf das Telefonat. Wir nehmen die Bereitschaft der chinesischen Seite zur Kenntnis, sich um einen Verhandlungsprozess zu bemühen, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sakharova.